Ja, ich selbst durfte die eigene Studie auf dem diesjährigen ASCO-Kongress vorstellen, die Konzeptstudie, die Isatoximab kombiniert mit Cafilzome, Blenadidomet und Dexamethasone, eine Studie für neu diagnostizierte Myelom-Patienten, die ausschließlich Hochrisikopatienten einschließt, die definiert sind bei zytogenetischen Veränderungen. Und dieses Quadruplet-Regime, also aus einem monoklonalen CD38-Antikörper mit einem Proteasome-Inhibitor, dem Immunmodulator und Dexamethasone, wird hier für sechs Zyklen einer Induktionstherapie gegeben, vier Zyklen einer Konsolidierungstherapie, die drei neuen Substanzen auch in der Erhaltungstherapie. Patienten, die sich für eine Transplantation eignen, bekommen dann auch noch die Hochdosen-Mephalan-Therapie mit anschließender Orthologer-Blut-Stammzell-Transplantation. Wir haben hier auf dem ASCO die Daten der ersten 50 Patienten vorgestellt, die in die Studie eingeschlossen wurden und haben hier auf die Ansprechrate während der sechs Induktionszyklen geschaut. Und wir haben gesehen, dass 100 Prozent der Patienten, das waren nur Hochrisikopatienten, angesprochen haben, also besser als eine partielle Remission oder eine partielle Remission oder besser erreicht haben. 90 Prozent der Patienten haben mindestens eine sehr gute partielle Remission, ein VGDR erreicht von 46 Prozent zu diesem relativ frühen Zeitpunkt, das ist schon komplette Remissionen, schränkt geämpft. Und wir haben 33 der transplantierbaren Patienten auch hinsichtlich der minimalen Resterkrankung untersucht und haben zu diesem frühen Zeitpunkt 20 MRD-negative Ergebnisse gesehen, also wo eine minimale Resterkrankung nicht mehr detektierbar war. Insgesamt hat die Studie jetzt im April alle 153 geplanten Patienten eingeschlossen. Wir werden natürlich kontinuierlich auswerten und auch die Daten vorstellen, aber wir haben auch von den Kollegen gehört, dass es sehr mutigende Ergebnisse sind, die wir gesehen haben und haben uns sehr darüber gefreut, dass wir das hier vorstellen dürfen. Die Quattroble-Therapie aus ISA-KRD war sehr gut verträglich. Die haupthämatologische Nebenwirkungen waren Neutropenien, etwas mehr als 30 Prozent der Patienten, höhergradig, wie wir sagen, also deutliche Neutropenien. Die Thrombozytopenien waren selten und mit 14 Prozent unter 50.000 Thrombozyten bezüglich der nicht-hämatologischen Nebenwirkungen haben wir auch wenig schwergradige oder höhergradige Nebenwirkungen gesehen. Was wir besonders ermutigen fanden, dass wir insgesamt auch leichte, mittlere Neuropathien nur in insgesamt 16 Prozent Patienten gesehen haben und das ist ja häufig ein Problem der Erstbehandlung beim Ultifammer. Was die Kosten der Quattroble-Therapie betrifft, das vermag ich nicht zu beurteilen. Wir sind die behandelnden Ärzte. Wir denken im Moment, dass diese Therapie vom Standard werden soll, werden darf, werden wird, werden muss. Wir sehen hier erstmals die höchsten Raten für die Negativität, für die minimale Resterkrankung. Wir wissen, dass sich dieses Ergebnis in ein verbessertes Überleben unserer Patienten transportiert. Und das gilt es ja zu erreichen beim Multiple Neuropen. Und was dann was rechtfertigt, dürfen andere entscheiden. Wir denken, medizinisch ist es gerechtfertigt, Quattroble-Behandlung wirklich in der Breite zu etablieren. Der Lanza-Maphogiotin ist eine Substanz, die zu den ganz neuen Konstrukten gehört. Ein sogenanntes Immunkonjugat, also ein monoklonaler Antikörper, gebunden an ein Gift, an ein Zellgift. Und die Substanz wurde etabliert bei stark vorbereiteten Myelom-Patienten mit sehr ermutigenden Ansprechpartnern. Und in dieser heute auf dem ASCO-Kongress vorgestellten DREAM-6-Studie ist dann die erste Kombinationstherapie veröffentlicht worden, mit Wortes, zum Beispiel von Dexamethasone. Und das war eine frühe Studie, das heißt, es wurde erst mal die Dosis gefunden. Man hat gesehen, das wird vertragen. Man hat auch sehr ermutigende erste Ansprechpartner gesehen, die mit knapp 80 Prozent über dem erwarteten Lagen, was man für Wortes von Dexamethasone erwartet. Und man muss natürlich jetzt weitere Daten abwarten. Aber es ist eine gute Botschaft, dass man das gut kombinieren kann. Denn je mehr Patienten, die Immunmodulatoren in der ersten Therapielinie, und das ist ja wichtig, dann sehr lange bekommen, umso mehr brauchen wir natürlich auch sehr wirksame Alternativen mit neuen Kombinationen. Und da ist das ein wichtiges Signal. Die Augennebenwirkungen sind etwas ganz Spezielles bei Belanthamad Mafodutin. Das kann zu Hornhautveränderungen führen und das kann zu verschwommenem Sehen oder unscharf Sehen oder verschlechtertem Sehen führen. Wir haben das kennenlernen müssen als Nebenwirkungen. Inzwischen gibt es sehr, sehr gute Augentropfen, Protokolle, feste Regime und auch eine gute Begleittherapie. Ich selbst habe auch sehr viel Erfahrung schon mit der Substanz sammeln können. Und in der Regel kann man das sehr gut beherrschen. Und wenn ein Patient das bekommt, ist das auch in der Regel rückläufig. Wir haben das erst kennenlernen und damit umgehen müssen, aber denken, dass wir das sehr gut gelernt haben. Ja, die Turmalin-Studie hat X-Azumab gegen Placebo getestet. Wir kennen ja die Studie bei transplantierbaren Patienten nach Hochdosen-Mephalan. Das ist ja auch schon publiziert. Und jetzt war das für die nicht-transplantierbaren Patienten, die nur über einen begrenzten Zeitraum ihre Erstlinien-Therapie bekommen haben und dann auch entweder X-Azumab als Erhaltungstherapie oder halt eben halt sie. Und die Gabe der Erhaltungstherapie mit X-Azumab ist ja eine Tablette, ein Cortesomen-Inhibitor, hat zur Reduktion des Risikos für ein Fortschreiten der Myeloma-Erkrankung um 34 Prozent gesorgt. Das war signifikant, statistisch. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Im Gesamtkontext ist das natürlich komplex, da die meisten Erstbehandlungen bei nicht-transplantierbaren Patienten heute kontinuierliche immunmodulatorische Kombinationen mit monoklonalen Antikörpern sind. Und die Studie sicherlich noch in einer Zeit gemacht wurde, wo diese ganz neuen Therapien noch nicht zur Verfügung standen für alle Patienten in Europa. Also eine Studie, die man in einen gewissen Kontext einsortieren muss. Ob X-Azumab tatsächlich zugelassen wird, weiß ich nicht. Das kann ich auch so nicht prophezeien. Wir wissen, dass die Daten, obwohl es nicht direkt verglichen wurde nach der Hochdosis-Therapie, nicht so vergleichbar gut waren wie mit Replimit. Aber wir wissen auch, dass manche Patienten die Replimit-Erhaltungstherapie nicht oder nur unzureich vertragen, auch wenn das zum Glück wenige sind. Und wir wissen auch, dass nicht in allen Ländern die Replimit-Erhaltungstherapie verfügbar ist. Insofern wäre es schon wichtig, eine Alternative zu haben, wie bei dem durch eine Zulassung stattgegeben wird, weiß ich zum derzeitigen Zeitpunkt auch nicht. Ja, die neuen Zellmods, also CC480, das wurde hier vorgestellt, und auch Ibadomid, sind im Grunde Fortentwicklungen von Thalidomid, Lenalidomid und Pomalidomid. Und nachdem man den Wirkmechanismus besser kannte, hat man noch gezielter Medikamente entwickelt, die noch besser dort anhaften quasi und daher zumindest theoretisch wirksamer sind, ohne zu mehr Nebenwirkungen zu führen, weil sie spezifischer sind. Und hier wurde jetzt die Studie mit CC480 vorgestellt, auch sehr frühe Daten, sehr ermutigende Ansprechraten mit fast 50 Prozent der Patienten, die deutlich vorbehandelt waren hier und haben ein gutes Verträglichkeitsprofil. Und das ist im Grunde die neue Generation, die jetzt da heranwächst. Ob die dann quasi, wir arbeiten jetzt schon lange, über zehn Jahre mit Lena Lidomid, noch länger mit Thalidomid, ob diese Generation jetzt ersetzt wird, das muss sich jetzt zeigen und die entsprechenden Studien müssen durchgeführt werden. Ja, die Boston-Studie ist eine der randomisierten Studien, die hier vorgestellt wurde. Selenexor, auch neues Medikament in Kombination mit Bortezomib, Dexamethasone, einmalwöchentlich Bortezomib, gerade hier gegen das bekannte zweimalwöchentliche Regime über acht Zyklen gefolgt von einmalwöchentlich im Standardarm. Und hier wurden Patienten ab dem, also erstes bis drittes Rezidiv eingeschlossen, insgesamt etwa 400 Patienten, die randomisiert wurden. Und der primäre Endpunkt, progressionsweise überlieben, wurde erreicht, zugunsten der Selenexor-Kombination. Ein Vorteil von knapp 14 Monaten versus 9,5 Monate in etwa im Standardarm. Und das war statistisch signifikant. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Etablierung auf einer neuen Kombinationstherapie. Wir wissen, dass Selenexor Nebenwirkungen addiert. Das hat es auch getan, insbesondere Fatigue und auch Übelkeit. Aber wir wissen jetzt, dass mit dieser einmalwöchentlichen Gabe das wesentlich besser beherrschbar ist, als noch in der US-amerikanischen Zulassung. Wir haben aber auch gesehen, dass durch diese einmalwöchentliche Kombination, die ja auch für den Patienten wesentlich einfacher ist, zum Beispiel Nebenwirkungen wie die periphere Neuropathie deutig und signifikant reduziert werden, auch das ist eine wichtige Botschaft. Also auch hier wichtiges neues Regime für Patienten, die zum Beispiel in der ersten Therapie dann schon die ganzen wirksamen Therapien vielleicht hat. Wir haben heute in der Myelom-Sitzung gleich drei KT-Zell-Studien. Und es ist nach wie vor eine Option, die sich hier zeigt, die ganz, ganz wichtig wird. Und es waren wieder sehr ermutigende Daten. Und wir erwarten hier beim Myelom wirklich nochmal einen ganz wesentlichen Fortschritt durch die KT-Zell-Therapie. Und wir müssen natürlich jetzt die großen Studien abwarten, wie wir sie schon beim Myelom kennen. Aber wir sollten hier die Ermutigung durch die Daten, wie sie auch schon am Ersch wieder gezeigt wurden, jetzt mitnehmen und weiter ausbauen. Das war's. Und das war's.